Online ist das neue online. Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin Web-Veteranin und Digital-Detox-Pionierin Anitra Eggler. Hand aufs Handy. Wie viel Aufmerksamkeit, Fokus und Lebenszeit schenkst du dem, was dir im Leben am wichtigsten und am wertvollsten ist? Wenn du das Gefühl hast, das könnte durchaus mehr sein, dann ist die heutige Folge goldrichtig für dich. Wir starten ein Selbstexperiment, das dir hilft, deinen Fokus aufs Wesentliche, aufs Wichtige und aufs Wertvolle zu legen, auch wenn du durch tausend Sachen abgelenkt wirst. Und dabei hilft dir unter anderem der neue Anitra Fokusplaner, den du dir kostenfrei runterladen kannst. Wie klingt das? Wir Menschen, wir denken ja oft, unser Glück hängt von unseren Umständen ab. Wo wir leben, welche Klamotten wir tragen, ob die Sonne heute scheint, ob wir Karriere machen und, 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 und. Ja, das mag so sein, also die Umstände zahlen sicher auf dein Lebensgefühlsglückskonto ein. Aber bevor wir überhaupt darüber reden, welchen Einfluss Lebensumstände auf dein Lebensglücksgefühl haben, müssen wir und können wir und dürfen wir und werden heute darüber reden, welchen immensen Einfluss deine Aufmerksamkeit auf dein Lebensglücksgefühl hat. Ich denke, hier können wir alle noch ordentlich nachlegen und haben ein irres Lebensglücksgefühlpotenzial, das wir schöpfen können, wenn wir es schaffen, unsere Aufmerksamkeit und dadurch unseren Fokus noch stärker auf die Dinge zu legen, die uns wirklich wichtig und wertvoll sind, weil die auf unser Lebensglückskonto so maximal einzahlen, dass die Umstände, die uns umgeben, dagegen gar nicht mehr so arg wichtig sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir sind ja in der heutigen Zeit durch die Dauerablenkung, durch Social Media, durch die Medien von lauter Aufmerksamkeitsfallen, Lebenszeit und Energiefressern umgeben. Lass uns mal bei uns selbst anfangen. Wie viel Aufmerksamkeit schenkst du dir selbst? Und wie viel dieser Aufmerksamkeit investierst du in deinen inneren Kritiker, diese fiese innere Stimme, die dir vielleicht viel zu oft sagt, das ist nicht gut genug, das geht noch besser, du kannst da noch optimieren, das ist nicht perfekt, du könntest noch dies und jenes, hätte, hätte Fahrradkette. Wie viel der Zeit, der Aufmerksamkeit, die du dir selber schenkst, geht in dein Selbstfürsorgekonto? Wie viel Aufmerksamkeit schenkst du den Themen Selbstfürsorge und Selbstliebe generell? Wie oft sprichst du dir positiv zu? Sagst dir schöne Dinge? Bist so lieb zu dir selber, wie du vielleicht zu anderen Menschen bist? Also fang mal bei dir selber an und hinterfrage, wie aufmerksam bist du dir selbst gegenüber? Und dann geh ins Außen und guck dir mal an, wie investierst du deine Aufmerksamkeit so den ganzen Tag über? Wie viel Aufmerksamkeit bekommen Medien? Wie viel Aufmerksamkeit bekommt der WhatsApp-Gruppenchat oder WhatsApp per se? Wie viel Aufmerksamkeit schenkst du Social Media? Und macht dich das glücklich? Dieses Aufmerksamkeitsinvestment? Zahlt sich das emotional für dich aus? Oder gehen wir zurück ins reale Leben? Der Schokoriegel, den du vielleicht essen musstest, weil dich die Negativ-News in Social Media und auf Medienseiten so dermaßen beängstigt und verunsichert haben, dass du irgendwie mal kurz Trost essen musstest. Dieses Trost-Essen, die Aufmerksamkeit, die du diesem Bedürfnis geschenkt hast, dass du jetzt einen Schokoriegel brauchst und dann bist du aufgestanden von der Couch und hast dir den geholt, dann hast du den Schokoriegel gegessen. Hat dich das glücklicher gemacht? Wie hast du dich danach gefühlt, als dieses kurze Zuckerhoch weg war? Ich glaube, in puncto Aufmerksamkeit uns selber gegenüber, da können wir alle noch so viel mehr mit einfachen Mitteln tun, was uns glücklicher macht, was uns Ängste nimmt und was auch die Screen-Lives-Balance stärkt. Lass uns doch mal einen Selbstexperiment-Woche bis zur nächsten Pod- und Videocast-Folge einlegen. Ich habe folgende Idee für dich. Schenke deiner Aufmerksamkeit mehr Aufmerksamkeit. Das sollte so das Wotto sein für deine kommenden sieben Tage bis zur nächsten Pod- und Videocast-Folge. Und dazu frag dich jetzt, wie aufmerksam bist du eigentlich deiner Aufmerksamkeit gegenüber? Da geht doch noch was, oder? Also sei neugierig und mach einfach mal einen Test. Jetzt wird es spannend, weil die Idee ist, dass du dir eine Woche lang vornimmst, deiner eigenen Aufmerksamkeit für deine Aufmerksamkeit auf den Grund zu gehen. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir wissen wollen, wo geht unsere Aufmerksamkeit hin und damit unser Fokus und unsere Lebenszeit? Die erste Frage ist, und das ist die entscheidende Frage, was ist dir wichtig im Leben, im Arbeiten und was ist dir wertvoll im Leben und im Arbeiten? Ich könnte jetzt gemein sein und sagen, die Frage können wir ganz einfach beantworten. Zeig mir deinen Kalender und ich sage dir, was dir anscheinend wichtig und wertvoll ist, weil du die meiste Zeit damit verbringst. Jetzt weiß ich aber, weil ich die Krankheit Meeting, Malaria und Präsentationspest quasi vor inzwischen fast 15 Jahren zumindest dem Namen nach erfunden habe, dass wenn ich mir den Kalender eines berufstätigen Bürokriegers anschaue, sehe ich dort nur ein Meeting nach dem anderen. Und ich weiß, dass den Menschen das nicht wichtig und wertvoll ist, sondern dass 80 Prozent aller Meetings so unnötig sind wie Sonnenallergie oder zumindest einem Wachkoma gleichen. Anderes Thema. Aber wenn ich dich fragen würde, zeig mir deinen Kalender und ich sage dir, was dir anscheinend wichtig und wertvoll ist, dann schau mal auf deinen Kalender. Da siehst du, welchen Dingen du die meiste Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Ich könnte dich auch fragen, zeig mir deine Kuschel- und Kuss- und Lebensgenussbilanz. Nicht die Bilder, die du auf Instagram ausstellst und vorher schön gefiltert hast. Nee, sondern die echte Kuschel-, Kuss- und Lebensgenussbilanz. Zeig mir die. Lass sie mich in deinen strahlenden Augen sehen und hinterfragen. Lass mich mich davon anstecken, dass du strahlst, weil deine Lebensgenussbilanz so überbordend ist, dass du da was verteilen kannst an andere Menschen. Zeig mir die. Dann sage ich dir, was dir privat wichtig und wertvoll ist. Ich will ja nicht gemein sein. Jetzt höre ich schon auf mit diesen gemeinen Fragen. Soll ich dir sagen, warum ich dir die stelle? Weil ich mir die selber gestellt habe. Schau, wenn ich mir dieses Jahr 2023 anschaue und ich schaue in meinen Kalender und ich gucke mir täglich meine Agenda an, dann kann ich dir genau sagen, was mir im Jahr 2023 wichtig und wertvoll ist. Es ist definitiv die KI-Revolution. Die KI-Revolution und die Nebenwirkungen Digitalisierung Teil 1. Hashtag digitale Dauerablenkungen, digitale Über- und Unterforderung, Screen-Life-Balance. Diese zwei Dinge, aber ganz oben KI-Revolution. Die Aufgabe, diese Rassanz, diese KI-Revolution, die die Menschheit vor die größte Herausforderung stellt und stellen wird, die die Menschheit je hatte. Möglichst rasch, möglichst einfach, möglichst kompetent und trotzdem freudvoll und spaßvoll, anderen Menschen so schmackhaft zu machen, uns gleichzeitig so gut zu erklären und auch zu übersetzen, dass andere Menschen zumindest Lust kriegen, sich das mal anzuschauen, damit zu experimentieren, um einschätzen zu können, was diese KI-Revolution mit Arbeitsplätzen, mit Wahrheit und Menschmerdung macht und machen wird. Das ist meine Prio 11111-Obereins dieses Jahr. Dementsprechend sieht mein Kalender aus. Dementsprechend ist meine Bildschirmzeit. Dementsprechend kommt meine Kuschel- und Kussbilanz und meine Lebensgenussbilanz 2023 definitiv zu kurz. Fast meine ganze Aufmerksamkeit und meine Lebenskraft fließt in diese Themen, auch weil ich eine gesellschaftliche Verantwortung empfinde, dieses Wissen, dass wir Digitalisierungsexperten vielleicht einfacher und schneller begreifen und einfacher und besser übersetzen können als andere Menschen. Da hast du eine gewisse Verantwortung, empfinde zumindest ich, das zu teilen. Sei wer du bist, gib was du hast. Das würde ich mich irgendwo tätowieren lassen wollen. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die in der Sauna dadurch auffallen, dass sie nicht tätowiert sind, nur innerlich. Aber das brauchen wir ja niemanden sagen. Sei wer du bist, gib was du hast, könnte man mir aufs Herz schreiben. So, damit will ich dir sagen, verzeih mir die fiesen Fragen. Bei mir schaut es ja genauso aus dieses Jahr. Wenn ich meinen Kalender angucke, dann weiß ich, okay, all meine Aufmerksamkeit und auch meine Lebenskraft geht in das Thema KI und Digitalisierung und Humanisierung von Digitalisierung und Ziel, diese KI-Revolution in eine Evolution zu verwandeln. Deswegen mache ich das KI-Bootcamp zum ersten Mal dieses Jahr 2023. Es wird ein weiteres geben, das nächstes Jahr 2024 im April beginnt. Übrigens habe ich da inzwischen bereits die Warteliste geöffnet, weil 2023 ausgebucht ist. Wenn dich das interessiert, schau auf meine Webseite anitra-eggler.com slash ki-bootcamp. Dort findest du den Link zur Warteliste für 2024. Zurück zu unserer Aufmerksamkeit, die darüber entscheidet, wie viel Lebensglück wir empfinden, weil wir adäquat Aufmerksamkeit, Lebenskraft und Lebenszeit in das investieren, was uns wirklich wichtig und was uns wirklich wertvoll ist. Als mir bewusst wurde, was bei mir dieses Jahr die Kuschel- und Kuss- und Lebensgenussbilanz zu kurz kommt und das ist mir ja jetzt nicht, das wird mir jetzt nicht plötzlich im Oktober bewusst, das ist mir schon eigentlich im ersten Quartal bewusst geworden, als ich beschlossen habe, das KI-Bootcamp neben meinen Vorträgen und neben vielen anderen Dingen, die bereits in meinem Kalender waren, zu erfinden und einfach sofort umzusetzen, weil bei der Geschwindigkeit von KI musst du schnell sein. Entweder du machst es jetzt oder du machst es nicht. Sorry, wenn ich jetzt hier KI-FOMO schüre, sie ist in meinen Augen leider berechtigt. Also habe ich schon angefangen, Mitte des Jahres gegenzusteuern. Was mache ich dann? Erstens, mir wird es sehr bewusst, dass das Gleichgewicht bei mir nicht stimmt, dass die Kuschel- und die Kussbilanz und die Lebensgenussbilanz zugunsten meiner Arbeit, die ich nicht als Arbeit, sondern als meine Berufung empfinde. Aber trotzdem ist da ein Missverhältnis, also steuere ich gegen. Was tue ich? Ich sorge sofort im nächsten Jahr für Auszeiten. Das heißt, ich habe mir bereits erstes Quartal 2024 eine vierwöchige Auszeit an meinem Lieblingskaribischen Strand in Mexiko eingeplant und dort werde ich nichts machen. Ich werde nichts arbeiten. Ich nehme mir wohlverdiente Auszeit und werde einfach nichts tun und den Blumen beim Wachsen zusehen und Sand zählen am Lieblingsstrand meines Lebensgenusslebens. So, ich muss dazu sagen, diese Erkenntnis, dass ich da nicht so in der Balance bin, die hatte ich früher viele Jahre lang nicht. Diese Burnout-Kultur durch Überstunden und maximale Leistung und Megastress und 12, 14 Stundentage, das war für mich früher, früher und mit früher meine ich zwölf Jahre meines Startup-Managerinnen, Geschäftsführerinnen seins. In dieser Zeit war das für mich ein Statussymbol. Ich habe damit angegeben, dass ich so entgestresst bin und diese Burnout-Kultur, die heute noch an vielen, vielen und viel zu vielen Arbeitsplätzen gelebt und auch geliebt wird, die bin ich Gott sei Dank heute los. Ich merke sofort, wenn ich außer Balance gerade und mache zwei Sachen. Erstens, ich steuere gegen, ich schaue, dass ich regelmäßig Sport mache, spazieren gehe. Alles, was ich dir so in diesem Podcast in kleinen Dosen empfehle. Ich gehe einen Schritt weiter, verplane dann gleich mein nächstes Jahr mit ausreichend Auszeiten und ich mache selbst Experimente mit mir, indem ich wirklich kritisch hinterfrage die tägliche Bilanz zwischen Aufmerksamkeit für das, was mir wichtig und wertvoll ist, für das, was mich erfüllt und stärkt und das, was mir auch Energie nimmt, die nehme ich dann so ernst wie nie zuvor. Und deswegen habe ich meinen Tagesplaner, meine berühmt-berüchtigte 1-2-3-To-Do-Liste überarbeitet und du kannst dir heute runterladen. Es ist eine Seite, mit der ich jeden Tag meinen Tag plane. Auf der linken Seite plane ich meinen Fokus mit Aufgaben im 1-2-3-To-Do-Listen-Prinzip. Darauf schreibe ich wirklich nur die wichtigsten Dinge, eine große Aufgabe, zwei kleinere, die darauf einzahlen, dass ich die schaffe. Und dann gibt es noch drei To-Dos auf Platz drei. Manchmal zahlen auch alle, wie heute zum Beispiel, heute produziere ich einige Pod- und Videocast-Folgen auf ein Ziel ein. Unten drunter gibt es dann noch Raum für Quick-Wins und Routine-Tätigkeiten, sogenannte Shallow-Work-Arbeiten, die du auch mit wenig Hirnmasse erledigen kannst. Unten drunter auf der linken Seite gibt es dann noch einen Raum für Selbstmotivation. Da schreibe ich mir jeden Tag einen Motivationsspruch, ein Anitra-Mantra für den Tag rein. Und auf der rechten Seite, die fühle ich abends aus, ist Platz für deine Bilanz, um zu sagen, was ist heute eigentlich Gutes passiert. Dankbarkeit ist in Zeiten von Negativ-News, das allerbeste Heilmittel gegen Angst und schlechte Stimmung und ja, diese diffuse Zukunftsangst. Dann kannst du Kussbilanz-Szenen gucken. Gab es Momente an dem Tag, die so schön waren, dass du dein Handy vergessen hast. Daneben kannst du deine Bildschirmzeit eintragen, kannst mal gucken auf deinem Handy, wie oft hast du eigentlich deinen Bildschirm aktiviert und wie oft hast du deine Aufmerksamkeit für Kuschel- oder Kussbilanz- oder Lebensgenuss-Momente aktiviert. Unten drunter kannst du noch schreiben, Erkenntnisse, die dich weiterbringen, wofür stand dieser Tag, was hast du gelernt und ganz zum Schluss, ich zeige das gerade mal hier für den Videocast, hast du unten noch so einen Habit-Tracker, wo du dir anschauen kannst, hast du heute zum Beispiel meditiert, falls ja, habe ich noch ein paar Smileys dazu gemacht, wie hast du dich dabei gefühlt, hast du Sport gemacht, hast du was Gesundes gegessen, was auch immer deine drei Habits sind, die du tracken willst, dafür ist Platz. Und das Selbstexperiment, wenn du sagst, komm, ich mache jetzt mal eine Woche und schenke meiner Aufmerksamkeit mehr Aufmerksamkeit, funktioniert ganz hervorragend mit meiner überarbeiteten 1, 2, 3 To-Do-Liste, meinem Fokusplaner für das Wertvollste, was du besitzt, nämlich Aufmerksamkeit für die Dinge im Leben, die dir wertvoll sind und die dir wichtig sind. Und jetzt kannst du einfach loslegen, lade dir meinen Tagesplaner runter, du kannst den digital verwenden oder natürlich auch ausdrucken und mit dem Stift draufschreiben, linke Spalte morgens planst du, in was investierst du deine wertvolle Aufmerksamkeit, was ist wichtig und wertvoll. Und abends ziehst du Bilanz und schaust dir an, tatsächlich, wie viel Zeit hast du denn heute den wirklich wichtigen und den wirklich wertvollen Dingen gewidmet. Und dann kannst du dich fragen, war das Zufall oder Absicht? Habe ich meine Aufmerksamkeit und meine Lebenszeit und meinen Fokus bewusst eingesetzt? Kann ich es morgen vielleicht noch ein Stückchen besser machen? Kann ich noch mehr Aufmerksamkeit und Zeit und Lebenskraft in Dinge widmen, die mir wirklich wichtig und wertvoll sind? Habe ich zum Beispiel meine Zeit nur in Dinge, die wichtig und wertvoll für den Job sind, investiert? Oder habe ich auch im Sinne der Screen-Life, Work-Life, Love-Life-Balance auch meine Lebenskraft, meinen Lebensakku gut gefüllt? Da habe ich bei mir zur Zeit ein bisschen, aber das merke ich dann und dann schaue ich, dass ich da nachjustiere und mir was Gutes tue, dass ich was ausmache mit Lieblingsmenschen, Herzzeit mit Lieblingsmenschen, wie ich das gerne nenne. Oder dass ich mich einem Nachmittag in meinem Spa vergesse und mir eine Massage gönne oder im Salzwasser floate, einen Spaziergang mache, Bäume umarme, Spazierdenken gehe, um abzuschalten oder einfach mal nichts tun. Mit der Neuauflage meines Fokus-Tagesplaners bist du gut gerüstet für dein Selbstexperiment. Ich wünsche dir ganz, ganz viele wichtige und wertvolle Erkenntnisse, die dir helfen, deine Screen-Life und deine Work-Life und vor allen Dingen auch deine Love-Life-Balance kurz und langfristig dahin zu bringen, wo du sie am liebsten hast. Viel Spaß beim Selbstexperiment und bis nächsten Mittwoch. Gute Zeit und Tschüss! Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online!